Okay, tschu tschu Ach, kriechen oder krabbeln Rede mit mir, siehst du was? Alles klar Blech jetzt! Scheiße, einfach weiter gehen Wie kann der denn aufm schießen? Was ist das in einem Zettel? Okay, da ist der Scharfschütze Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe Er hat sie verkrochen Ich hab die Panzerabwehr Was ist denn Müll?